Vier ladet selten, aber... Ich lade nicht. Ich lade nicht. Ich lade nicht. Guten Morgen. Nicht guten Morgen, guten Mittag. Ich wollte Ihnen gerade meine Haare richten. Ihr merkt, wir sind schon ganz schön kaputt. Wir wollten eigentlich gerade wieder... Richtig schön oben. Eine richtig schöne Aussicht. Aber man muss erst mal hoch. Und ihr wollt euch kurz was zeigen. Ich wollte euch nämlich mal einen Granatapfelbaum zeigen. Ihr habt das wahrscheinlich bestimmt noch nie gesehen. Und das hier ist so ein zerfressener Granatapfel. Das ist der Baum dazu. Und hier gibt es dann erstmal so eine kleine Frucht. Und das sind die Blüten. Das Orangene da. Sieht gar nicht so aus, als ob der Baum so schwere Dinger tragen könnte. Aber es funktioniert anscheinend. Das ist übrigens Puff, mit dem wir jetzt spazieren gehen. Spazieren geht's? Und der hat Bock jetzt hoch zu laufen. Und der so unausgeglichen war, haben wir gedacht, wir laufen jetzt mit ihm eine Runde. Laufen und die Aussicht genießen. Und die Aussicht. Und den Berg. Schön. Hier ist unser tolles Wanderteam. Yay. Sophia passt auf, dass alle da sind. Und Puff zeigt uns den Weg. Puff. Geh mal spazieren. Der ist schon spazieren. Oh, der ist schon spazieren. Ich kann nicht mehr. Pralle Mittagssonne. Wir haben uns die beste Zeit ausgesucht. Ich glaube wir haben 30 Grad heute, oder? Aber man sieht gleich hier schon so ein bisschen. Wir haben es geschafft. Mein Kopf pulsiert. Jetzt ist die Sonne nicht mehr da, wo wir oben sind. Wo wir schon kaputt sind und in der Hitze hochgelaufen sind. Aber das ist unsere schöne Aussicht von hier oben. Wir sind gar nicht weit weg von uns zu Hause. Aber wir können immer wieder hoch. So schön. Kinder, nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Der Stein, da geht es einfach runter. Nicht nachmachen. Damian, runter da. Ich will natürlich immer auf meine Sophie. Ha, 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 ha. Sophia macht sich langsam auf den Weg zur Spitze von diesem riesen Stein. Und tief? Es geht eigentlich nicht. Es ist echt nicht so tief, gell? Aber trotzdem ist es so hoch, wenn du runterfällst. Ja. Ich bin mir eigentlich sicher. Es reicht. Weil das Gestrüpp einfach scheiße ist. Weißt du? Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht runterfallen. Es geht wieder runter. Und der Mann ist so geschwächt. Er muss wie ein alter Opa laufen. Ach, mein Brück. Die Jugend von heute. Okay, wir laufen jetzt einfach mal wieder runter. So schöne Aussicht. So schön. Der holt kein Stöckchen. Holt er nicht? Bestimmt nicht. Diese Pflanzen da hinten sehen ja mal obercool aus. Aber Damian nicht. Das ist bestimmt scharf. Es regnet. Wow. Voll toll aus. Das sind ja eigentlich weniger Blätter. Ne. Hä? Wo ist Damian? Da ist Damian. Wo? Da. Wo? Da. Okay. Okay, das sah nicht so dumm aus. Nein, das geht so. Nein, total süß. Das hast du ja als Kind auch bestimmt immer gern gespielt, oder? Schön. Und du chillst noch. Geileres als so eine Hänge. Oh, schön, ne? Oh, das ist schön. Das ist schönes Leben. Das ist schönes Leben. Kann man sich das einfach nicht schön machen. Das stimmt. Entweder man lässt die Hängematte hier so hängen und geht nicht rein, oder man geht einfach rein und macht sich das Leben schön. Hast du recht. Einfach genießen. Einfach genießen. Einfach genießen. War natürlich nur ganz symbolisch jetzt. Schichtwechsel, nachdem ich erfolgreich meine Arbeit Längematte getan habe, ist Sophia nun dran. Nein, die schneidet jetzt Video schnell. So kann man arbeiten, oder? Ja, ich muss ein bisschen höher, sonst würde es nichts runtergehen. Und Sophia? Nee, nicht so schnell wie wird schlecht. Ja, das wollte ich gerade erzählen. Sophia mag so Bewegung überhaupt nicht. Oh, hör auf. Nee. Dann wird dir nämlich total schlecht. Und wenn ich weiter schorkel, ist die Hängematte bald wieder mir. Guten Morgen. Es ist 6 Uhr morgens. 6 Uhr? Ich bin schon seit 5 Uhr wach. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, es ist Wahnsinns um 5 Uhr aufzustehen. Ich bin des Wahnsinns. Und ich wollte auch gar nicht so früh aufstehen, aber die Hunde haben einfach die ganze Nacht durchgebellt, dass ich in so einem Halbschlaf war und einfach absolut nicht gut geschlafen habe. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gesehen habe, okay, draußen wird es hell und wir waren eh um 7 Uhr verabredet zum Suppen, also zum Stand Up Paddling. Wo ich euch sehr wahrscheinlich leider nicht mitnehmen kann, weil ich die GoPro zwar hier habe, aber keine Befestigung für die GoPro und das ist ein bisschen scheiße. Also ich habe kein Stativ hier und so weiter und so fort. Dafür müsste ich erstmal in die andere Wohnung fahren. Das wird zeitlich wahrscheinlich nicht hinhauen, müssen wir jetzt nochmal gucken. Auf jeden Fall, seht ihr ja dann, wenn ich euch mitnehme, dann habe ich es noch geschafft in die Wohnung zu fahren und die Stative und so mitzunehmen. Ansonsten sind wir auf jeden Fall erstmal Stand Up Paddling, sind um 9 Uhr dann wieder hier und wir werden nach drüben zur Insel fahren. Ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich euch jetzt ziemlich nah ran gesoomt. Aus diesem Grund ist es auch ziemlich viel wackeliger. Auf jeden Fall ist das da drüben die Insel, zu der wir rüber paddeln werden. Das Wasser sieht momentan gut aus. Es sieht da hinten sehr spiegelglatt aus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur 15 Minuten brauchen. Wenn aber dann Wellengangströmung und alles anfängt, dann kann es sein, dass wir so eine dreiviertel Stunde, Stunde rüber brauchen. Wir werden dann wahrscheinlich in der Mitte durchlaufen mit dem Sub und dann auf der anderen Seite werden wir dann zu so einem Crystal Rock gehen, der ganz symbolisch ist für Mauritius. Ich würde echt gerne die GoPro mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob es zeitlich packe. Wenn nicht, ist das Ganze aber auch überhaupt kein Problem. Denn damit, ich werde es auf jeden Fall so oder so nochmal machen, ganz in Ruhe. Und dann werden wir auch auf jeden Fall die GoPro mitnehmen. Jetzt will ich mich bei Motzen filmen. Ja. Wenn ich bei Motzen filmen, dann bitte ich mich nicht mehr anmotzt. Jetzt motze ich nicht mehr. Ja, ja. Das ist eine gute Taktik. Das mache ich beim nächsten Mal. Ja. Wenn Sophia motzt, dann halte ich die Kamera drauf. Ja. Damit ist heute nämlich super gestresst. Samuel und ich waren heute nämlich schon zappen, wurden etwas abgetrieben. Ups. Wir hatten die GoPro, wie ihr merkt, hatten wir leider die Verfestigung nicht. Aber wir gehen dann nochmal hin und dann nehmen wir euch mit der GoPro mit. Und da werdet ihr wirklich super cooles Material von uns sehen. Also wenn das nicht Urlaubsfeeling dann macht, dann weiß ich auch nicht. Aber beim nächsten Mal auf jeden Fall. Zurück, Damian. Da kitet einer. Da kitet einer. Da ist ein Kite. Das ist ansteckend, die Krankheit. Das ist eine ganz bekannte Windsurfer-Kitesurfer-Krankheit, dass wenn man Wind spürt, total nervös wird und irgendwo hin muss, wo man dann theoretisch kiten kann, dann wird er eh wieder weg. Ja, das ist echt so. Deswegen, wir werden uns gar nicht davon abhängig machen, sondern wir werden jetzt lieber schön einkaufen gehen. Genau, wir fangen sofort kiten. Na, einkaufen, einkaufen. Look at that beauty. Oh, sweetie. Das Hauptmusikate habe ich euch gar nicht erzählt. Ich habe euch auch gar nicht mitgenommen. Ich habe gestern Crossfit gemacht. Habe ich davon noch nie ausprobiert. Hier, da hättest du mal die Kamera mitlaufen lassen können. Ja, ich würde das mal beim nächsten Mal, wenn ich es mache. Versprochen. Und ein Problem ist, man fühlt sich ja davor gut, mittendrin kaputt, müde. Und jetzt kann man einfach nichts mehr vernünftiges mehr mit Damian anfangen. Und nichts zu gebrauchen. Gott sei Dank. Das Bier fängt an zu motzeln. Filme ich sie. Das hat voll weh getan. Damian wollte nicht die Kamera machen. Ich musste mich wehren. Wir gehen jetzt Baguette kaufen. Wir gehen Baguette kaufen. Wir gehen jetzt Baguette kaufen. Das hier sind übrigens Rotis. Ich habe die jetzt schon einmal durchgebissen. Das ist so ein Labrika-Eierteig. Und dann ist hier drin so eine Linsen-Curry-Kartoffel-Mischung. Sehr, sehr lecker. Super lecker. Und wir werden jetzt jeweils zwei verspeisen. Denn eins von denen kostet 10 Rupees. Das sind 25 Cent. Also eben gerade 50 Cent. Und man ist danach echt gut gesättigt. Das sind übrigens Chili-Bites. Sind aber nicht scharf. Sind aber nicht scharf heißen. Nur so. Nochmal bitte. Man spricht nicht mit vollem Mund. Und ich zeige euch mal. Man sieht jetzt auch nicht allzu viel. Das sind nur kleine Kügel-Schirren. Da ist ein bisschen Grünzeug dran. Ab und zu auch Mais. Und das sind auch alles so Snacks. Die kann man überall an der Straße kaufen. Die sind ganz lecker. Die Vögel warten hier auch. Die wissen eigentlich, dass sie immer was abbekommen. Also halt halt mit dem Menschen was essen wir nie was ab. Aber... Bei uns nicht. Heute nicht. Wir haben zu viel Hunger. Guten Morgen meine Hübsche. Da die Sophia gerade ein bisschen geschlafen hat, konnte ich euch leider nicht mitnehmen, wie ich hier die beiden Bretter zugeschnitten und lackiert habe. Da ich ganz dreckige Finger hatte und Angst hatte, dass ich sonst die Kamera mit meinen dreckigen Finger auch dreckig mache. Und die beiden Bretter, die sind die... Das ist die Sitzfläche von unserer Bank. Wir werden eine neue Bank bauen. Hat die Sophia ja schon angekündigt. Und wenn es jetzt die nächsten Schritte... Werde ich euch einfach mal zeigen. Dann werde ich euch mal mitnehmen, wie das da weitergeht mit der Bank. Wenn ich hoffentlich nicht so dreckige Finger habe und ich das Equipment kaputt machen würde. Ich würde ja offiziell guten Morgen sagen. Aber es ist halt jetzt guten Morgen. Nur weil ich zwei Mittagsschlafe gemacht. Mittagsschläfchen gemacht. Habe ich angekündigt. Deswegen habe ich schon erzählt, konnte ich nicht vloggen, wie ich die Bretter angemalt habe. Ah, das stimmt echt. Weil ich sonst alles dreckig gemacht hätte. Ich hatte ganz dreckige Finger. Ach, alles dreckig. Jetzt sind die wieder sauber. Okay, das wäre vielleicht schon nicht gefunktioniert. Sorry, ich habe gepennt. Ich habe gepennt. Darf Sophia auch mal. Ja, ich mache sonst nie Mittagsschlaf. Aber heute war ich echt an der Grenze. Wir waren ja später schon seit 5 Uhr wach, weil die Hunde mich einfach keine Sekunde schlafen lassen haben. Oh, ich hoffe, heute ist das anders. Und jetzt geht es auf zum Enso. Zu der einzigen Surfbar hier. Surf, Beachbar leider nicht. Beachbar wäre schön, wenn es hier sowas mal gäbe. Ne, wir gehen jetzt zum Enso. Und da gibt es jetzt Happy Hour. Weil ich ja nicht schon super wach bin, gibt es jetzt noch einen Cocktail oben drauf. Natürlich optimal, ne? Gute Kombi. Gute Kombination. Müde sein und einen Cocktail trinken. Da bin ich danach auch tot. Ist wie eine Schlaftablette für mich. So, wir gehen eben gerade raus vom Enso. Wir waren ja beim Enso. Hatten wir bereits Bescheid gesagt von Damian. Genau. Und wir gehen jetzt erst Abendessen. Man denkt, das wäre 12 Uhr abends. An der Art, wie ich spreche wahrscheinlich 100 Uhr. Aber es ist gerade erst... Sophia ladet selten, aber... Ich laden nicht. Ich laden nicht. Ich laden nicht. Laden ist auch ein schweres Wort. Das ist echt ein schweres Wort. Ich finde, das ist ein sehr kritisches Wort. Das Ding ist, wir haben jetzt gerade erst mal 8 Uhr abends. Wir gehen jetzt heim. Dann machen wir uns noch ganz gemütlich was zu essen. Denn wir haben uns gedacht, wir nutzen natürlich die Happy Hour aus. Und die Happy Hour in Restaurants ist halt immer zu einer Scheißzeit. Genau. Wo du halt automatisch dazu verleitet wirst, was zu essen. Weil wir ansonsten die Basis nicht für die Cocktails haben. Aber wir haben widerstanden. Wir konnten widerstehen. Wir konnten widerstehen. Wir konnten widerstehen. Wir haben so ein bisschen Pommes gegessen. Aber das Ding ist eigentlich, wenn wir einen Cocktail trinken und du kriegst zwei Cocktails für einen Preis von einem. So, jetzt haben wir aber zwei Cocktails getrunken. Eieieiei. Aber es ist noch gut. Aber man muss ehrlich sagen, wir trinken halt sehr selten viel, also in Anführungsstrichen viel Alkohol. Ach, im Auto kommt sonst wende. Sonst werden wir den Zuschauer mitbekommen, wie platt gefangen. Und ich persönlich muss echt sagen, dass ich es halt relativ schnell dadurch merke. Wirklich sehr, sehr selten in Deutschland gehe ich abends nie weg. Wann gehe ich abends weg in Deutschland? Nööööö, was ist weg? Man macht es uns gemütlich. Da ist halt nicht der Reiz da abends irgendwo weg. Nee. Und hier war es ja echt schön. Und dann tanzen. Ist doch schöner. Oder hier am Strand dann nochmal sitzen und gucken. Das ist halt die Sache. Hier am Strand nochmal ein schönes irgendwie ein Bio oder so zu trinken. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Ich frage euch das immer so gerne, weil ich das Gefühl habe... Oder was ihr so abends macht. Genau. Was macht ihr so abends? Wenn ihr abends geht... Was ist ein Trend? Wo geht es hin? Würde es mich sehr interessieren, ob ihr unbedingt vorglühen müsst. Also ob es für euch ein Zwang ist, um Spaß zu haben. Weil das Thema hatten wir zufällig gestern, da waren wir nämlich Burger essen bei Freunden noch. Und da hat auch einer gesagt, dass sein Sohn unbedingt vorglühen muss, um Spaß zu haben. Also man muss ja dazu erzählen, Daddy hat Sohn, also Daddy ungefähr 50, Sohn 20 oder was war? Nee, schon noch jünger. Jünger? Ja. Daddy ist nicht 50? Nee, oder gerade so, vielleicht knapp. Okay, aber keine Ahnung, ist ja egal. Er hat nichts damit zu tun, aber hat einen Partner gekauft für irgendein Techno-Festival oder was. Das war der Techno-Party. Daddy kauft Sohn und Sohn sagt, nein, ich komme nicht mit, wenn ich nicht vorglühe. Und das ist halt schade. Das ist wirklich schade. Weil ich finde, das ist absolut keine Notwendigkeit. Aber cool Aktion von Daddy, total cool. Mega cool. Total cool. Aber es ist absolut keine Notwendigkeit, sich vorglühen zu müssen, finde ich für Spaß. Ich muss ehrlich sagen, die coolsten Abende waren, wo ich wirklich null Alkohol getrunken hatte und Auto gefahren bin. Das waren die coolsten Abende. Ja, habe ich nie gemacht. Also nicht, kein Alkohol, sondern Auto fahren. Ich konnte immer irgendwo in der Nähe pennen oder irgendwas gemacht. So, wir laufen jetzt auf jeden Fall erstmal heim. Dann schneide ich diesen Block noch fertig. Und wir werden euch jetzt mal noch kurz zeigen, was wir gleich kochen, oder? Daman hat leckeres Essen heute gemacht. Und zwar hat er ein bisschen Reis mit Zucchini und ein bisschen Würstchen gemacht. Sieht super, super lecker aus. Naja, so lecker sieht es eigentlich nicht aus, aber es schmeckt bestimmt super lecker. Anrichten ist jetzt nicht so unsere Kunst. Wir essen jetzt und ich habe eben schon angefangen, den Block zu schneiden. Dann füge ich gleich noch das hinzu und dann ist es fertig und dann kommt es für euch online. Und jetzt hier in der Endcard verlinken wir euch natürlich noch den letzten Block. Schaut da gerne rein, wenn ihr Bock habt. Und wir freuen uns schon sehr auf den Block Mess. Wir haben nämlich gelesen, dass ihr Bock habt auf den Block Mess. Und darauf freuen wir uns echt total. Aus jedem Grund sehen wir uns jetzt beim nächsten Block. Richtig, schön, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss. Ich kann übrigens auch Leinen durchschneiden. Ich hoffe, ich werde es niemals gebrauchen.